Boah, wie lange macht der eigentlich mit YouTube? Wir haben gerade unser Netzwerk an uns gerade geschrieben. Das sind jetzt sechs Jahre, wo wir bei unserem Netzwerk sind. Und es weiß ich noch, wie heute, Jungs. Da hatten wir, glaube ich, 10.000 Abos oder sowas. Da haben wir bei Timo auf der Couch noch in Mannheim, war das noch, gehockt. Und da war gerade so die Phase, wo Unge von... Alter, Ibra ist so eine Macht. Ibra ist so ein Killer, Jungs. Der Köpfen halt einfach mal rein, wenn es sein muss. Wo Unge von diesem Netzwerk, wie hießen das damals noch, abgezogen wurde. Boah, wie hieß das? Das war ganz bekannt, ne? Die hießen dieses ganz bekannte Netzwerk damals. Und bei uns stand es dann, da war dann gerade, wo dann auch Atletia hatte uns dann angeschrieben mit Netzwerk und so, ey, wollt ihr denn da zu uns kommen? Mediakraft. Und da waren wir halt so unsicher. Und wir hatten dann damals, mit dem Michael war das, hatten wir dann, ja, halt gecallt und so. Wir waren uns so unsicher, haben den Vertrag durchgelesen. Aber irgendwann haben wir es dann unterschrieben. Man muss wirklich sagen... Mein Vater hat immer gesagt, pass bloß auf, die wollen alle nur euer Geld. Pass bloß auf. Aber man muss wirklich sagen, Jungs, das war die beste Entscheidung unseres Lebens, auch ohne die. Ohne die wären wir heute nicht da. Ohne die wären wir heute nicht da, wo wir sind. Weil die waren immer mega korrekt. Und ich weiß noch, wir haben dann, erste Gamescom war das dann, 2016, war das die Gamescoms, ja, 2016. Da hatten wir 20.000 Abos. Und da war das mit dem TZ Money Cup. Wir hatten so ein bisschen Beef gehabt, ja, mit Pro. Es war komische Stimmung da, ne? Und da hatten die immer so ein Athletia-Camp gemacht dann. Wo dann Fußball-Challenges und sowas gemacht wurden. Und da haben wir ihn das erste Mal getroffen. Und dann sind wir abends noch feiern gegangen. Und per Zufall haben wir dann vor dem Club diesen Michael auch getroffen, ne? Und halt auch direkt gut verstanden und so. Absolut korrekter Typ. Und der hat uns damals gesagt, Männers... Oh nein. Boah. Boah. Männers, fangt an zu streamen, YouTube pusht es. Was bringt ein Netzwerk? Und was genau ist das eigentlich? Also, am Ende des Tages bräuchtest du gar kein Netzwerk. Ein Netzwerk, da bist du sozusagen unter Vertrag. Die, ähm, bekommen dann von YouTube das Geld, ne? Und bezahlen es dir weiter. Und du gibst einen gewissen Prozentsatz ab, dass die für dich Placements ranholen. Dass die für dich, ähm, äh, sag ich mal, deinen Kanal managen, ne? Dir bei Rechtsfragen helfen, ja? Dafür sind die eigentlich da. Plus, durch ein Netzwerk kann sein... Äh, äh. 2-2. Das hat eine umgestellte Halbzeit, Alter. Gut Druck gemacht. Dass man halt, äh, bessere Werbung bekommt. Oder wie gesagt, Placements, Produktplatzierungen, Unterstützung halt einfach, ne? Und dafür musst du halt von deiner Einnahmen ein gewisse, was aber ein sehr, sehr niedriger Prozentsatz dort ist, äh, musst du halt abgeben. Plus am Anfang ist es ja so, also eure Zuhälter, ne? Das ist falsch. Ja, quasi schon. Ja, ah. Aber es fällt sich halt so böse an. Aber im Endeffekt ist es so. Äh, genau, Jungs. Und, äh, wir hatten ja auch schon hier und da mal ein paar rechtliche Probleme. Boah, stark gemacht. Wo... Äh, äh, Geist. Nein! Oh nein, so stark gemacht. Gibt's heute so ne Faust. Ja, war schon stark gemacht. Äh, paar rechtliche Probleme, wo die sich dann auch mit ihrem Anwalt da eingemischt haben. Und die Probleme, sag ich mal, immer dann vom Eis geholt haben. Und sonst war's ja früher so, du musstest ja dieses Geld, was du von YouTube bekommst, hast du durch so ein AdSense-Konto bekommen. Und das wurde immer ausbezahlt bei 80 Euro. Durch so ein Netzwerk hast du halt jeden Monat, auch wenn du nur 40 Euro verdient hast, das Geld auch gekriegt. Wann habt ihr denn nur 40 Euro gehabt? Ey, Digga, aber Anfang von YouTube. Wir wussten ja damals, wenn man das mal Werbung schaltet, wir hatten immer schon stabile Klicks und gute Abonnenten. Auch am Anfang mit 20.000 Zuschauern wussten ja nicht, dass du Werbung schalten kannst. Ich weiß noch, wir hatten Anfang, ich glaub 2017, wo wir so ein bisschen, äh, wo so grad unseren Hype losging, hatten wir irgendwie 2 Millionen Klicks geisteskrank damals. Und haben irgendwie 900 Dollar verdient. Und Benji sagt dann irgendwann so, ey Manners, ich hab mit einer Million Klicks irgendwie 2.000 Dollar da stehen, ne? Oh nein! Dann, dann, dann muss, dann haben wir erstmal festgestellt, dass du Werbung schalten kannst. Habt ihr Broski kennengelernt? Mit Broski haben wir noch aufgenommen, da hat Finn noch mit dem Kanal dazugehört. So, da hatte Broski so 80.000 Abos, wir hatten 20.000 oder sowas. Dann haben wir den aufgenommen, so haben wir den eigentlich kennengelernt. Dann haben wir den das erste Mal 2016 auf der Gamescom dann getroffen. Also mit Steini waren wir dort. Aber da hat man mit Broski noch gar nicht so viel eigentlich zu tun gehabt. Eher damals war mit Schinkenbrothers viel, äh, viel, damals kennengelernt. Steini, Schinkenbrothers. Da war noch Kevin, Hamburger Youngsters damals in dem Haus. Und, äh, dieser Kevin hier oder sowas war da, glaub ich, noch. Achensburg, Alex. Steini kennen wir. Nachdem er damals unser, boah, schöner Ball. Boah, Ibra, mach den. Oh nein, Shisha Custom Bowl Video bei Facebook doch geteilt hat. Ja, stimmt, bei Facebook. Wir waren stolz, die Bolle. Und Benji, wir hatten den Benji kennengelernt. Irgendwann mal angeschrieben, ob er was aufnehmen wollen, glaub ich. Benji hat mir nur angeschrieben. Ja, hatten wir angeschrieben, ob er was aufnehmen wollen. Dann haben wir gesagt, ja, lass, Abgas, Abfahrt, Abfahrt. Und da hatten wir dann damals, kam er dann mit diesem SPB, wo er von der Amis irgendwie gesehen hat, ob wir das aufnehmen wollten. Nee, macht der Ibra. Ja, was hat denn der Verkopfwelle? Digga, wie drückt der einfach denn in der Mitte weg? Und er, nee, boah, Digga. Wir wollten damals, wir hatten auch. Er, nee, viel, viel für Horror Story. Horror Story. Aber wir hatten 18.000 Abos und wollten unbedingt, damals war das ja, dass man so Vager-Matches und Pinkslips und sowas gezockt hat. Wir hatten gegen Proach, wir wollten unbedingt das Spiel gegen viel FIFA. Die hatten uns aber, die hatten sich nie gemeldet, nie zurückgeschrieben, so, ne? Man hatte ja auch nie eine Nummer und sowas. Dann war es irgendwann so, dass Arne seine Nummer geleakt wurde, ne? Nee, die wurden ja geleakt, äh, Venom damals. Ja, 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 ach, stimmt, stimmt. Wir haben doch damals... Stimmt, stimmt, wir hatten ein Video gemacht, haben gesagt, derjenige, der uns, äh, äh, das Spiel mit viel FIFA klar macht, ja? Der bekommt 5 Millionen Coins, FIFA-Coins. Und es hat sich dann nachträglich rausgegangen, dass Venom, der hat uns verfolgt, der hat uns schon immer, der fand uns cool, ne? War auch mega sympathisch, der hat 2016 auf der Gamescom. Und, ähm, hat uns immer geguckt und der hat uns dann die Nummer, der war ja damals so eng mit viel FIFA von Arne gegeben. Und dann hat mir den angerufen und dann ist halt damals, hatten die uns halt, boah, wie viel mal haben die uns versetzt? Drei, vier Mal, wo es immer hieß, heute nimmer auf, ich nach Mannheim zu Timau hochgefahren, ah, da hat man gemeldet, heute geht's doch leider nicht, nächsten Freitag. Dann wird er da hochgefahren, dann ging's wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht. Und irgendwann haben wir dann, äh, so eine Art Abrechnungsvideo gemacht, wo man mit Dartpfeiler auf... Nee, mit, mit... Nerv. Auf ganz, genau, auf so eine ausgeschnittene Maske geschossen haben. Das hat uns, äh, nee, boah, ich glaub, bis wir dann 2018 das erste Mal aufgenommen haben, immer noch krumm genommen, ne? Habt ihr mal einem YouTuber gedacht, dass er übelst unsympathisch ist? Ja, bei Wakes. Bei Wakes, ja. Und wir dachten auch damals, dass eigentlich, jetzt kein YouTuber, dass er, Han, aber voll der komische wäre. Und dann haben wir ein paar Stuttgart getroffen und haben festgestellt, dass er ultra geil drauf ist. Aber der, wo uns richtig negativ in Erinnerung geblieben ist, man weiß nicht, ob er privat auch so ist, wir haben nie privat kennengelernt, war aber hier Kubanito. Der postet auch mittlerweile so ganz komische Verschwörungstheorien, hab ich gesehen. Ja, wo? Ja, ganz mysteriös, auf Insta, habt ihr das? Wurde der gehackt, oder? Wow. Teilt er Videos von irgendwelchen Aluhüteträgern und sowas? Jetzt im Ernst? Ja. Trigger, warum krieg ich nie was mit? Du kriegst das bei KC mit, ich krieg Kubanito nix mit, ich krieg nix mit. Du bist dann auf Twitter, das ist dein Problem. Also da, den haben wir damals, wann war das, Jungs? 2016? Auch Gamescom war das, dieses Camp, ne? Wow. Dieses Fußballcamp, wo wir halt so Fußballchallenges hatten und der hat halt so, der war nie pünktlich, war dann weg und so, nee, das will er nicht aufnehmen. War einfach irgendwie, kam unsympathisch rüber so, wisst ihr? Kam ja natürlich, wir haben ihn nie, wir haben ihn nie persönlich kennengelernt, das weiß man nicht, aber... Was sagt KC gemacht? Nix. Simon hat nur gesagt, er hat nachts bei KC Mo reingeguckt und da hat er gesehen, dass er 9, 8 stand oder so. Das war nachts, das war sogar morgens, als ich mit dem Hund draus war. Und da ist halt eben, jetzt guck ich das mal, Kubanito oder was? Ja, ich meine, das war letztes Mal bei Twitter hatten die das reingehauen, ich verfolge den so gar nicht. Nee, okay, Insta ist nix. Hatte der in der Insta-Story aber drin. Ah, in der Story? Ja, aber das wird ja jetzt wieder draus, das ist ja schon ewig her. Zwei Wochen her oder so. Der hat, glaube ich, weiß gern, wer hat denn den Tweet gemacht? War das Julius oder so, was der den gemacht hat? Hat gesagt, was geht denn da ab in seiner Story? Ja, mit Vex damals, der war halt irgendwie, ich weiß nicht, Vex war damals irgendwie, ist man auf keinen grünen Nenner gekommen, ne? Ja, war ja auch damals, glaube ich, noch das mit Benji und, ähm... Mit Steinbeer und ja, das war ja alles, ja, irgendwie. Aber jetzt, wie gesagt, Vex, Assi, korrekt, der entwickelt sich auch mit der Zeit, ne? Mit Elias, viel Kontakt, immer wieder mal Kontakt mit Elias halt, ne? Der hat auch immer viel zu tun, der Mann. Ja, war irgendwas, war irgendwas komisch, Chat. Aber wie gesagt, Meinung zu Hamid Loko, kennen wir auch nicht privat. Kann ich auch gar nix sagen, Chat, nie gesehen, nie privat getroffen, kann man gar nix dazu sagen. Tabak, Ochsen, korrekt, Jungs, Tabak, Ochsen, korrekt. Tabak ist wirklich unnormal lieb. Ja, der ist wirklich top. Meinung zu Timo Tisi, stinkt bisher. Aber sonst okay, oder? Was war mit KC? Mit KC war gar nix. Mit KC war gar nix. Nur, dass ich gesehen habe, dass der 9, 8 oder sowas stand morgens. Hab gehört, er hat ein lange, ein lange Hode hat er auch. Hat er auch lange? Habt ihr so ein Forum, so, die Schlepphunds, die Langenhödler. Die Langenhödler. Gamerbruder, komischer Typ. Arrogant. Ja, Meinung zu Ron-Robert-Zieler, kann sich unterhalten. Sympathischer Mensch. Was mit Finjes, das würde ich gerne mal wissen, was der macht, Chat. Der war eigentlich auch korrekt zu uns. Der war immer korrekt zu uns eigentlich auch. Immer korrekt, Seco auch. Finjes, FIFA, was macht Finjes? Abgetaucht, ne? Wahnsinn, ja. Meinungen zu Furky, auch mega sympathisch. Privat ist auch noch nicht kennengelernt. Aber war auch eine Zeit lang bei uns, ne? Warum steht denn eigentlich so eng da? Ja, da war ja immer was mit Fatal und United, Jungs. Aber ja, ganz ehrlich, das wäre jetzt, also klar, hat er damals halt dann... Schon wieder Elfmeter schießen, oder was? Betrugbetriebe, aber da wäre er ja auch wieder rausgekommen, so aus dem Ding. Meinungen zu JH7, gestern, der Typ ist ne Maschine, Chat. Der ist richtig da, der ist richtig da. Die Jungs war ja iconic, haben mal einen guten Fang mitgemacht. Das ist richtig da, der ist richtig da.